Der Geopark Harz-Braunschweiger Land Ostfalen hat mit dem neuen Geopunkt Schandela weiter an Bedeutung gewonnen. Der Fund eines Ichthyosauriers rückte das Grabungsgelände im Landkreis Wolfenbüttel in den Fokus der Wissenschaftler. Unter Paläontologen gilt der Ölschiefer von Schandela als besonders bedeutsam, weil er die Lebewelt des Jurameers aus einer Zeit von vor etwa 180 Millionen Jahren hervorragend konserviert hat. Nachdem die Dr. Scheller Stiftung das Grundstück der ehemaligen Gemeinde Grube Schandela gekauft hatte, übernahm Prof. Dr. Ulrich Joga, Leiter des Naturhistorischen Museums, die Verantwortung für die Grabungen. Die Geologie hier im Braunschweiger Land ist unglaublich vielseitig. Das liegt daran, dass wir einerseits die Hebung des Harzes hatten und andererseits das Zechsteinmeer in einer vor dem Erdmittelalter liegenden Zeit sich gebildet hat. Und dieses Salz, was dort abgelagert wurde, das hat an verschiedenen Stellen zu Wölbungen geführt. Dadurch sind darüber liegende Schichten, zum Beispiel Jura und Kreide, an die Oberfläche gekommen und sind uns jetzt zugänglich geworden. Das Gebiet in Schandela ist das achte Geotop des Geoparks Harz-Braunschweiger Land Ostfalen. Gemeinsam bedeuten sie ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Region in Deutschland. International haben wir hier den größten Geopark in ganz Deutschland und einer der größten Europas. Und der Geopark umfasst zu einem Großteil das Braunschweiger Land. Das Braunschweiger Land ist hier also in der Pflicht sozusagen der Welt zu zeigen, wie vielfältig die Geologie ist. Man sagt sogar auch in internationalen Fachpublikationen, das ist hier die Quadratmeile der Geologie. Also eine Möglichkeit, die Geologie ganzer Zeitalter in Windelschnelle zu durchlaufen und zu erfassen. Grabungsleiter des Naturhistorischen Museums in Schandela ist Dr. Ralf Kosmer. Im Vergleich zu früheren, sehr gut erhaltenen Funden von Privatsammlern, die teilweise ebenfalls im Museum lagern, ist über die wissenschaftliche Qualität des aktuell entdeckten Ichthiosaurier noch kein abschließendes Urteil zu bilden. Er befindet sich noch im Prozess der Präparation. Das Stück kommt dann unmittelbar so schnell wie möglich in unsere paleontologische Werkstatt, wo es dann vom geologischen, geowissenschaftlichen Präparator präpariert wird. Das heißt, das Gestein wird nach und nach abgetragen, die anhaftenden Sedimente werden entfernt, sodass eigentlich erst bei der Präparation zutage tritt, wie gut oder auch wie schlecht der Fund ist. Das kann sehr unterschiedlich ausfallen. Zum Grabungsteam gehören Studenten und eine ganze Reihe Ehrenamtlicher. Ihre Chancen, weitere bedeutende Fossilien wie den Ichthiosaurier zu entdecken, sind groß. Ja, dieser Ort ist für uns besonders bedeutsam, weil hier auf einem ganz schmalen Streifen von nur wenigen Zehnermetern die Schichten oberirdisch zutage treten, auf die wir scharf sind letztendlich, die wir unter die Lupe nehmen wollen, wo wir die Fossilien drin finden. Dieser schmale Streifen erstreckt sich von Norden, von einigen Kilometern hier hinter der Autobahn A2, bis nach Süden, etwa zwei Kilometer südlich von hier am Ortsrand von Chandela, endet dann dieser Streifen. Und nur dort hat man Meeresablagerungen aus der Zeit des unteren Jura hier in diesem ganzen Gebiet. Nach den paläontologischen Untersuchungen soll auf dem Grabungsgebiet ein außerschulischer Lernort entstehen. Frei nach dem Motto, Saurier vor der Haustür.